Hallo und herzlich willkommen zur endlich neuen Folge Arbeit mit Muße nach der Vorsommerpause. Und es hat ein bisschen gedauert, aber jetzt sind wir wieder da mit einem neuen Interview, mit einem Interviewgast, den ich schon seit langer, langer Zeit hier haben wollte im Podcast. Und jetzt ist er da. Und zwar Heiko Frerichs. Er ist Business Coach und Organisationsberater aus Lübeck. Und sein Credo ist immer im Sinne des Menschen. Ich freue mich sehr darauf, mit dir zu sprechen, Heiko. Und jetzt kommt erstmal einmal das Titellied. So, jetzt in Bindershow. Willkommen Heiko. Ich grüße dich. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gerne, gerne. Ich hoffe, das geht dir gut. Du hast deinen Kaffee und du hast dein Wasser und du hast einen Schokoriegel. Den habe ich schon gegessen jetzt. Achso, du hast den, okay. Du hattest einen Schokoriegel. Wir starten gleich mit der ersten Frage, die einmal ganz schön als Einstiegsfrage ist. Und zwar, Heiko, magst du dich und dein Arbeitsleben einmal in drei Hashtags oder Nomen beschreiben? Ja, wir haben im Vorgespräch schon ein bisschen mal so reflektiert. Ich habe darüber nachgedacht und bin auf drei Wörter gekommen oder drei Begriffe. Sinn, weil das ist ja auch das, was in meinem Claim steckt, im Sinne des Menschen. Dann Mensch. Das zweite Wort in deinem Claim. Ich halte es immer einfach, wie du merkst. Und Diplomatie ist das dritte, würde ich sagen. Was nicht in deinem Claim ist. Genau, das habe ich mir jetzt mal ganz kreativ so zusätzlich noch aus den Fingern gesogen. Nein, Sinn ist für mich in Bezug auf Arbeit, auf meine eigene Arbeit, aber ich denke generell für jeden Menschen ein zentraler Faktor, dass man das, was man tut, gerne tut und dass man eben einen Sinn darin sieht, wofür und für wen man das macht. Dass man acht bis zehn Stunden am Tag außer Haus geht und Geld verdient irgendwo. Ja, das heißt, es geht ein bisschen darum, natürlich auch um das Thema Selbstverwirklichung, manchmal aber auch um das Thema, was will ich tun für andere oder für die Welt oder wie auch immer. Das zweite Wort Mensch. Ja, Mensch ist für mich einfach so, dass, ich bin ja vom Background Arbeitsbetriebsorganisationspsychologe und für mich ist sozusagen diese Verbindung, dass die, oder sagen wir mal so, dass die Arbeitsumwelt und die Arbeitsbedingungen menschgerecht sein müssen, das ist für mich eigentlich ja im Fokus meiner Arbeit. Also, dass man Rahmenbedingungen schafft, in denen sich Menschen wohlfühlen am Arbeitsplatz, in denen sie ihrer Aufgabe nachgehen können, sowohl in Bezug auf Arbeitsschutz, Arbeitssicherheit natürlich auch, aber auch in Bezug auf psychische Hygiene, Kommunikation, und in Bezug auf weiche Faktoren, dass sie sich eben einbringen können mit ihrem Wissen und mit dem, was sie können und mit dem, was sie auch an Ideen haben. Dieses Thema Partizipation spielt da auch sehr mit rein. Und also, dass Arbeitswelten oder Umwelten menschlich gestaltet sein müssen und dass das erforderlich ist, sieht man ja am besten, finde ich, zum Beispiel in diesem Bereich Usability. Also, dass man zum Beispiel technische Anwendungen, die wir am Arbeitsplatz… Also, zum Beispiel in der Fabrikhalle und da wird ein technisches Gerät bedient. Genau, und das muss ja auch so sein oder auch im Flugzeugcockpit und so weiter. Da beschäftigen sich ja auch Arbeits- und Ingenieurspechologen mit, also dass das entsprechend so ist, dass man das versteht, bedienen kann und dass man auch nicht krank wird, wenn man da sitzt und arbeitet. Ja, ja. Da möchte ich auch gleich nochmal in etwas rein, was mir gerade in den Kopf gekommen ist. Da vielleicht vorher nur kurz, damit wir das abschließen, Diplomatie. Warum das Thema? Diplomatie kommt so ein bisschen daher, es ist Teil meiner Biografie ein bisschen, weil ich aus einem klassischen Expat-Diplomatenhaushalt stamme eigentlich ursprünglich. Also, ich bin viel umgezogen mit meinen Eltern. Was heißt Expat-Diplomaten? Ja, also, dass man so als Expatriate heißt, dass man also mit seinen Eltern umzieht und im Ausland arbeitet, dass die Eltern einen Job haben oder der Vater in diesem Fall hat den Job im Ausland und ist alle vier Jahre, fünf Jahre umgezogen. Okay. Immer in ein anderes Land, also wie so ein Nomade, sage ich mal. Hast du da so eine Art Länderliste, wo du als Kind die weiberst? Ja, ich bin ja in Tokio geboren, bin dann nach, umgezogen nach, nach ein paar Jahren nach, da war ich noch ganz klein, dann nach Lagos, Nigeria. Von dort ging es dann nach Thailand, nach Bangkok und von dort dann nach Brüssel. In welchem Alter dann? Und das waren immer so vier bis sechs Jahre dazwischen. Deine ganze Jugend tatsächlich dann, ne? Genau, meine ganze Jugend. Also, mit 18 bin ich dann letztlich erst nach Deutschland zurückgekehrt mit meinen Eltern, als mein Vater dann in den Ruhestand ging. Und dieses Diplomatische ist einfach so eine Sache, deswegen habe ich das hier so verknüpft, es ist ein bisschen in meinem Wesen drin, dass ich, glaube ich, jemand bin, der immer versucht, sehr diplomatisch zu kommunizieren und zu agieren. Also, ich bin nicht so der Typ, der mit dem Holzhammer irgendwo reingeht. Ja, was natürlich zu deinem Job, Daily Business dann gut passt. Aber du probierst also quasi alle Seiten immer gleichermaßen zum Sprechen zu bringen oder gehört werden. Ja, genau, aber auch, ich glaube, Menschen bestimmte Botschaften, die auch unangenehm sind, in einer Art und Weise zu übermitteln, dass sie sich persönlich nicht gleich angegriffen fühlen. Ja. Und verletzt sind, so. Ja. Es gibt manchmal auch Missverständnisse natürlich, weil Leute nicht immer das hören, was man denen so zwischen den Zeilen versucht mitzuteilen. Da muss man immer härter werden, ne? In der Satzstellung. Ja, genau, da muss man in der Satzstellung, Formulierung dann ein bisschen deutlicher werden vielleicht, wenn das nicht ankommt. Aber meistens, die meisten Menschen haben ja so ein Grundmaß an Empathie oder auch an Gehör oder an Bereitschaft, sich da einzulassen auf das, was man sagt. Und dann zusammen mit der nonverbalen Kommunikation oder der Mimik wird dann vielleicht eher deutlich, was gemeint ist. Ja, tatsächlich, wir haben nachher noch drei Publikumsfrangen, die über Social Media und an mich persönlich gekommen sind. Das sind auch solche Themen, tatsächlich. Ah ja. Das wird spannend. Ich möchte noch einmal kurz bei dem Hashtag Mensch, und zwar, du sagtest Arbeitsumgebung. Wie ist denn, ich stelle mir sehr extrem vor, jemand, der im Büro arbeitet und jemand, der wirklich am Fließband in der Fabrik arbeitet. Also hast du da von deinen Kunden beide Extreme und guckst wirklich dann auch, wie sich die Leute, also wie kannst du zum Beispiel bei einer Fabrik das unglaublich, also das gut rausholen, dass Leute sich da einfach wohlfühlen und dass du da, wie kann ich mir das vorstellen? Also es ist tatsächlich so, dass ich in meiner alltäglichen Arbeit nicht so häufig in den, beispielsweise jetzt in einen Produktionsprozess eingreife und dort eine klassische Linien- oder Prozessanalyse mache und dann gucke, wie können wir die Arbeitsplätze umstellen. Das kommt weniger vor, aber was ich tue, ist, dass ich mich viel mit dem Thema Führung und Kommunikation beschäftige und das findet in den unterschiedlichsten Branchen und Situationen statt. Also sowohl in der Produktion, im Bereich der Schicht, Schichtleitung und der Schichtgruppen, der Teams in Schichten in der Produktion, als auch im Bereich der Pflege oder im Gesundheitsbereich eben oder im Bereich im Handwerk, im Dienstleistungsbereich, aber auch im Handel. Und da geht es manchmal angefangen von Überlegungen zum Arbeitszeitmodellen bis hin zu der Frage, wie wird zum Beispiel Kommunikation dort gehandhabt. Und es gibt durchaus viel mehr Unternehmen, also ich bin ja überwiegend im deutschen Mittelstand unterwegs und etablierten kleinen Unternehmen, das heißt also Mikrounternehmen bis 10 Mitarbeiter und dann darüber hinaus bis 250 bis 300 Mitarbeitende. Das ist so die Unternehmensgröße, in der ich am meisten tätig bin, vereinzelt ein paar Konzerne, aber das ist eher weniger. Also die meisten sind inhaber, familiengeführte Unternehmen und da gibt es auch natürlich in der Kultur eine bestimmte, etwas Gemeinsames oder etwas Besonderes, was man in den ganz großen Konzernstrukturen nicht so findet. Aber es ist, wenn man so will, oft so, dass die Themen ja sehr oft das mit Kommunikation zu tun haben, die Probleme und es fehlt sehr häufig an institutionalisierter Kommunikation, wie ich feststelle. Das heißt also, Kommunikation wird nicht in allen Unternehmen, ich will nicht sagen, es gibt viele, die das machen, die haben Statusmeetings oder Bauleiterrunden oder Schichtleiterrunden. Es gibt aber auch Unternehmen tatsächlich, wo das ganz wenig stattfindet, vielleicht nur einmal im halben Jahr oder einmal im Jahr, wenn überhaupt und wo viel zwischen Tür und Angel kommuniziert wird. Da wird die Kommunikation aus meiner Sicht massiv unterschätzt und es ist ja sozusagen dann oft auch kein Wunder, dass dort eben häufig auch sowohl zwischenmenschlich Probleme auftreten als auch in der Zusammenarbeit. Ja, okay. Super Thema. Wenn du daran denkst, was du heute alles machst, magst du den Hörer und mich einmal so damit reinholen, wie du sagtest schon, deine Weltreise quasi in der Jugend. Aber wie bist du jetzt, als du in Deutschland angekommen bist, wie war dein Weg bis da, wo du heute stehst und warum? Gab es da eventuell auch Schlüsselmomente? Ja, das gab es. Also ich bin einer von denen gewesen, die in der Schule so eher durchschnittlich waren. Also ich war so ein klassischer Zweier- bis Dreierkandidat und es gab natürlich Fächer, wo ich sehr gut war und es gab Fächer, mit denen ich mich schwerer getan habe, das ist ganz normal. Aber ich war so relativ ausgewogen so von meinen Interessen und dann fiel es mir nach dem Abitur erstmal schwer irgendwie so herauszufinden, was liegt mir und was soll ich eigentlich machen. Da war ich natürlich ganz klassisch bei der Berufsberatung und so weiter und da kriegst du ja so einen Test und dann kommt da irgendwie so drei, eine Liste mit Berufen raus. Also Richter, Philosoph, Chirurg und, weiß ich nicht, Lehrer. Und dann fragst du dich natürlich, okay, das ist schön jetzt. Sehr breit. Aber wie komme ich da hin und was sind überhaupt die Anforderungen an diese Berufe? Das wird ja relativ wenig besprochen, sagen wir mal so. Naja, ich habe auf jeden Fall dann ganz konventionell, könnte man fast sagen, so mein Vater meinte dann, mach doch mal, du hast mal ein Praktikum gemacht bei einer Sparkasse, also im Finanzdienstleistungsbereich, frag doch da mal nach, ob du eine Ausbildung machen kannst. Das ist eine Ausbildung erstmal ganz gut. Und dann habe ich mir, natürlich, weil ich mich auch an Freunden orientiert hatte, hatte ich dann erst, weil mir nicht ganz klar war, was ich studieren will, habe ich dann erstmal nach dem Abitur meine Bundeswehrzeit absolviert, zehn Monate. Und dann bin ich, passte das so im Übergang perfekt, dann hatte ich mich beworben auf einen Ausbildungsplatz bei einer Sparkasse. Da habe ich dann Bankkaufmann gelernt, zweieinhalb Jahre. Und danach war ich noch drei Jahre im Vertrieb tätig. Einmal kurz, das ist unglaublich, fast jeder zweite Gefühl, der in einem Interview ist, wenn man fragt, was hast du gelernt, Bankkaufmann? Alle lernen sich Bankkaufmann. Das wusste ich von dir auch zum Beispiel gar nicht. Ja, nee, also ich habe mal, wie gesagt, auch im Vertrieb gearbeitet, im Banken-Sparkassen-Bereich, eben auch im Marktbereich, im Passivgeschäft, also Produkte verkauft, der Papierberatung, Vermögensanlagen, Kleinkredite und sowas. Aber ich hatte eine sehr schöne Zeit, weil ich in der Zeit eine Geschäftsstelle dann kurz danach übernommen habe, so ungefähr ein Jahr, nachdem ich ausgelernt hatte, habe ich eine Geschäftsstelle übernommen in einem Seniorenwohnsitz. Und da habe ich mich sehr wohl gefühlt, da habe ich sehr viel mit alten Menschen zu tun gehabt und das war alles ein bisschen ruhiger, langsamer und hatte viel auch mit sozialpädagogischer Arbeit zu tun. Da kam auch dein philosophischer Charakter dann durch? Nee, aber mein sozialpädagogischer Charakter. Okay. Da habe ich dann gemerkt, dass ich mit alten Leuten ganz gut kann und ich habe auch viele lustige Sachen erlebt, also so dieses, was eben, sagen wir mal, Senioren mit Technik manchmal dann auch haben, diese Schwierigkeiten, die dann auftreten. Das war sehr, sehr schön, die Zeit und dann gab es 2002 Euro und ich habe halt in der Zeit aber auch miterlebt, wie das ist, wenn Unternehmen umstrukturieren müssen und wenn sie sich in ihrem Geschäftsmodell oder in ihrer Unternehmensgröße vielleicht neu ausrichten. Und da bin ich in Kontakt gekommen, erstmalig mit einer größeren, bekannten Unternehmensberatung und das hat mich schon ein bisschen inspiriert. Ich habe mich mit den Beratern unterhalten und fand das sehr spannend, diese Abwechslung und auch das, was die gemacht haben, hatte durchaus Hand und Fuß. Die waren natürlich nicht gern gesehen, glaube ich, vermute ich, also sowas ich mitbekommen habe. Was hast du nicht gern gesehen? Naja, also wenn externe Berater irgendwo hinkommen, sind die ja nicht, das erlebe ich ja heute auch, bist ja nicht unbedingt gleich willkommen. Weil du Veränderungen machst? Ja, weil die Leute befürchten, dass du Veränderungen mitinitiierst, die sie nicht wollen. Okay. Oder dass das auf ihren persönlichen Arbeitsbereich oder auf ihr Leben einen Einfluss hat. Deswegen ist das erstmal ein bisschen mit Angst besetzt, wenn solche Leute kommen. Aber ich bin ja sozusagen heute nicht klassischer Strategie- oder Umstrukturierungsberater jetzt oder so wie McKinsey und Co., sondern ich arbeite ja tatsächlich an Entwicklungsthemen im Unternehmen. Das ist ein bisschen anders. Auf jeden Fall habe ich damals den ersten Impuls bekommen, mich mal mit dem Thema Unternehmensberatung auseinanderzusetzen. Und dann hatte ich für mich herausgefunden, dass ich gerne, also ich habe mich schon immer für das Denken, Fühlen und Verhalten von Menschen interessiert. Und das ist ja das, wie man Psychologie definiert. Und dann habe ich mich beworben auf Studienplätze. In Hamburg und in Lüneburg gab es damals erstmalig einen wirtschaftspsychologischen Studiengang. Hast du da, bist du da selber im Grunde drauf gekommen? Also hast du, als du gemerkt hast, du möchtest im Grunde das mit Menschen arbeiten, was du gerade gesagt hast, den Leitsatz, was quasi die Definition von Psychologie ist, bist du da dann irgendwie drauf gestoßen? Oder hast du mit Leuten gesprochen, die dann gesagt haben, hey, Psychologie wäre doch eigentlich dann das genau, was du brauchst? Wie kamst du genau zu diesem Sprung? Ja, ich habe, das kam dadurch, dass ein sehr, sehr enger Freund von mir, der hat damals mit mir auch gearbeitet in dieser, also in einem anderen Unternehmen, aber auch im Finanzdienstleistungsbereich, auch im Banken- und Sparkassensektor. Und der hatte ganz klar gesagt, er will sich beruflich noch verändern. Und der war, suchte nach Wegen irgendwas mit Technik zu machen und BWL so. Und dann habe ich ihm einen Artikel geschickt, den ich gefunden hatte. Nämlich, da gab es diese Studiengänge, kamen dann so auf, Wirtschaftsingenieurwesen. Und das habe ich ihm geschickt und dann war er total begeistert und hat sich also tatsächlich auch in Lübeck dann beworben und eingeschrieben, hatte gekündigt und hat dann ein Jahr im Prinzip vor mir angefangen zu studieren oder anderthalb Jahre. Okay. Und dann habe ich daraus im Prinzip so diesen Funken der Inspiration bekommen, zu sagen, okay, wenn es Wirtschaft und Ingenieurswissenschaften gibt, gibt es ja vielleicht was wie Wirtschaft und Psychologie. Genau. Und dann gibt es ja, es gab schon immer Arbeits-, Betriebs- und Organisationspsychologie. Und ich hatte damals eben auch von einem anderen Bekannten, der schon älter war und der auch schon studiert hatte, in Hamburg. Bei Friedemann Schulz von Thun habe ich so ein bisschen mich mit dem unterhalten, das hat mich dann schon interessiert. Dann habe ich mich in Hamburg beworben, über ZVS. Moment mal, einmal kurz, du hast dich quasi bei dem echten Schulz von Thun mit dem unterhalten oder mit jemandem, der… Nee, nee, mit einem, der da studiert hatte. Der da, okay. Ja. Und es gab in Hamburg eben diesen Studien-Sperrpunkt Beratung und Training hieß das. Okay. Und das war eigentlich genau das, was mich gereizt hat, also der Bereich Training und Beratung. Okay. Und dann habe ich im Prinzip immer mehr mich damit beschäftigt und kam dann auf diesen Studiengang Wirtschaftspsychologie, der in Lüneburg sozusagen ganz neu war. Und erstmalig auch von einer Fachhochschule angeboten wurde. Mhm. Und dann habe ich mich gesagt, ich hatte mich in Hamburg beworben, in Lüneburg und dann letztlich ist es Lüneburg geworden und ich hatte aber auch noch gar keine Zusage damals für den Studienplatz, habe dann aber trotzdem gekündigt. Sehr gut. In dem Jahr der Euro-Umstellung, 2002 muss das gewesen sein, genau. Und habe dann im Sommer oder im Frühjahr 2002 angefangen zu studieren. Ja. Und da war ich 26, habe relativ spät angefangen mit Studium, war aber dann auch beruhigt, dass noch viele da waren, die auch teilweise älter waren als ich. Und das hat mir dann auch nochmal so die Bestätigung gegeben, dass man also eigentlich immer wieder was Neues lernen kann und auch ruhig weitermachen darf. Auch wenn man schon älter ist, das ist egal, man findet dann schon das Richtige. Ich habe von jemandem mal gehört, dass in dem Studiengang ein Rentner mit, ich glaube, 370 drin war. Wow. Der hat keine Arbeiten mehr mitgeschrieben. Er durfte quasi einfach dabei sein, weil er meinte, es ist besser als zu Hause zu sitzen und dann sich da nochmal ein bisschen was anzutun. Das fand ich cool. Das ist cool, ja. Das hat er als Hobby gemacht, quasi in der Uni zu sitzen. Das ist klasse. Ja. Toll. Öffnet auf jeden Fall den Horizont. Ja. Das heißt, du hast dann deine Wirtschaftspsychologie, dein Studium abgeschlossen und dann bist du erstmal in ein Unternehmen rein und gleich selbstständig? Ja, ich habe während des Studiums ja Praktika gemacht, vor allem natürlich bei Beratungsgesellschaften und auch als Werkstudent gearbeitet. Und ich habe bei einer Beratungsgesellschaft sozusagen ganz viel Input und auch viel gelernt, aber auch sehr viel Inspiration bekommen. Das war die Beratungsgesellschaft Relations in Hamburg. Da habe ich für einen der Senior Berater und Geschäftsführer eben, ja, zugearbeitet. Und da habe ich im Prinzip diese ganze Fülle und auch, ich sage mal, Härte des Beraterlebens kennenlernen dürfen. Also auch, ich habe da auch manchmal bis nachts gesessen, habe da irgendwie Excel-Tabellen ausgewertet und PowerPoint gebaut, aber auch Konzepte entwickelt. Ich habe ganz tolle Sachen dort erleben dürfen und das hat mir eigentlich nochmal so die Bestätigung gegeben, dass das genau das Richtige ist, weil diese Abwechslung der Kunden, der Branchen, der Themen, natürlich wiederholen sich die Themen auch, aber du hast immer wieder mit anderen Menschen zu tun, mit anderen Branchen, mit anderen Tätigkeitsfeldern und natürlich Persönlichkeiten. Das Ganze hat natürlich auch irgendwie einen sehr exklusiven Hauch, also Beratung ist schon auch irgendwie ein attraktiver Arbeitsbereich. Es ist, glaube ich, auch für viele nicht groß greifbar, was ein Berater ist, weil es a. sehr vielschichtig ist und es ist immer so von diesen, die Unternehmensberater, das sind immer so, es ist ja kein Ausbildungsberuf, es ist halt etwas, wo man irgendwie reinkommt, reinwächst. Genau, und es wird ja oft auch mit diesen Besserwissern so ein bisschen… Ja, weil sie natürlich nur Vorschläge machen, aber nicht in der Verantwortung stehen. Zum Beispiel. Genau, also da habe ich auch genug Stimmen schon gehört. Das ist immer so ein Vorurteil, aber ich glaube, viele stehen dann doch sehr stark in der Verantwortung. Ja, und die kleineren Beratungen, es gibt ja ganz viele kleine mittelständische und kleine Berater und natürlich auch Freiberufler, die in dem Feld tätig sind. Da gibt es sehr, sehr viele gute Leute, die gerade im Mittelstand auch eher vor den ganz großen Gesellschaften, glaube ich, bevorzugt werden, so wie ich das mitbekomme. Also, und das war eben auch so eine mittelständische Unternehmensberatung und da habe ich mich, wie gesagt, wohlgefühlt, habe viel gelernt dürfen und dann habe ich nach der Zeit, nach dem Abschluss, also während der Diplomarbeit schon bei einer Wirtschaftsförderungsgesellschaft einen Job bekommen in einem Projekt und war dann so anderthalb Jahre projektbezogen beschäftigt. Und dann habe ich mich daraus, als das dann auslief, im Prinzip hatte ich da schon die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig machen will und habe mich dann 2008 gegründet. Mit welchem Impuls? Also, warum hast du das entschieden? Ich habe das entschieden, weil ich mir zugetraut habe, dass ich für mich eigenverantwortlich, selbstbestimmt arbeiten kann und möchte und dass ich, ja, wie soll ich sagen, ich habe da vertraut auf meine Talente. Also, und dass ich schon auch so die Möglichkeit hatte, auch tatsächlich einzusteigen über eine Empfehlung, dann für eine Akademie zu arbeiten im Bereich Coaching. Da ging es vor allem um Jobcoaching und um solche Dinge. Ich habe dann Trainings angefangen, für verschiedene Trainingsinstitute, Bildungsträger zu arbeiten, damit hat das mal angefangen eigentlich. Und dann habe ich angefangen, mir eigene Kunden zu suchen und aufzubauen, habe aber schon mal in diesem Firmentrainingsgeschäft gearbeitet, also in diesem Auftragstrainingsbereich für Firmen. Das habe ich bestimmt zwei, drei, vier Jahre gemacht. Dann kam so parallel ein bisschen Mediation dazu, weil ich einige Ausbildungen gemacht habe, natürlich. Magst du den Begriff einmal kurz anreißen? Welchen Begriff? Mediation. Mediation, okay. Ich habe also eine Konfliktcoach-Ausbildung gemacht letztlich, also eine Ausbildung, in der man lernt, wie man Konflikte klärt. Der Fachbegriff ist eben Mediation. Es gibt sogar ein Mediationsgesetz, also es ist sogar rechtlich geregelt. Achso, okay. Allerdings ist es so, dass ich für mich einfach auch einen eigenen Ansatz entwickelt habe, wie ich mediiere und habe mich zwar auch an Phasenmodellen orientiert, aber ich habe irgendwann das für mich ein bisschen geändert und verkürzt. Und habe auch einige Grundprinzipien, lege ich die ein bisschen anders aus, als es vielleicht im klassischen Lehrbuch der Fall ist. Indem ich zum Beispiel mit Voranalysen arbeite, also qualitativen Interviews arbeite ich grundsätzlich. Okay. Ich habe natürlich, wenn man aus dem Studium kommt, braucht man tatsächlich auch eine Reihe von Zusatzausbildungen erstmal, um auch Handwerkszeug zu lernen, was man dann praktisch anwenden kann. Also ich habe auch eine systemische Prozessberater- und Coachausbildung gemacht, gerade im systemischen Bereich. Bevor du dich selbstständig gemacht hast? Einmal vom Zeitschrank gerade? Ja, und zwar während des Studiums habe ich mit dieser systemischen Coaching- und Prozessberaterausbildung begonnen und habe die dann da auch gemacht. Habe dann später noch vertiefende Ausbildung gemacht, nach dem Studium. Sowohl diese Konfliktcoach-, also Mediatorenausbildung, als auch Wirtschaftsmediatorenausbildung und dann eben noch, ich sage mal, vertiefende Ausbildung, die auch was mit Persönlichkeitsentwicklung zu tun haben. Im Bereich Transaktionsanalyse, also tiefenpsychologische Ausbildung. Einfach, um mehr Handwerkszeug und auch Modelle zu haben, mit denen man arbeiten kann. Und ja, mich haben also zwei Theorieansätze sehr beeinflusst. Die kommen alle aus dem systemischen Bereich, aus dem Bereich der Familientherapie und aus dem Bereich der sozialwissenschaftlichen Schule. Waren das diese Aha-Momente? Ja, das waren zwei Aha-Momente, wo ich eben gemerkt habe, das entspricht absolut meiner Weltanschauung und meiner Haltung. Ich bin gespannt. Ja, dass man ganzheitlich auf die Dinge schaut. Dass es keine monokausale Zuschreibung gibt von Schuld oder von Ursachen, sondern es ist in der Regel immer ein Zusammenwirken ist mehrerer Faktoren, warum man zum Beispiel eine Person nicht performen kann in einem Unternehmen. Und dann heißt es ja immer, der kann nichts und dann stellt man fest, das ist jetzt schon der dritte Wechsel auf derselben Position. Und da fragt man sich natürlich, liegt es wirklich nur an den Leuten immer, dass die nicht performen können? Oder könnte es nicht vielleicht auch andere Gründe haben? Und oftmals ist es ja so, dass es ganz andere Gründe hat, die noch mit reinspielen. Und dazu gehört natürlich auch die Art, wie ich auswähle, wen ich auswähle, ob ich überhaupt weiß, wen ich haben will, bis hin zu der Thematik Führung. Und das ist halt das sensibelste Thema überhaupt, weil du hast halt im Mittelstand immer mit Inhaberinnen oder Inhabern zu tun und Geschäftsführern zu tun, die ein starkes Ego haben und starke Persönlichkeiten sind und nicht umsonst ja auch erfolgreich sind unternehmerisch. Man muss sich nur manchmal dahin bringen, mit Fingerspitzengefühl zu erkennen, dass nur weil ich ein erfolgreicher Unternehmer bin, es nicht heißt, dass ich automatisch der beste Personalführer bin, also die beste Führungskraft bin, um Personalführung zu praktizieren und auch kommunizieren kann. Einer der Sätze, die ich da sehr wichtig fand, jemand, mit dem ich zusammenarbeite, Dirk Mayer zu Hörstum, hatte letzte Woche, glaube ich war das, hatte gesagt, also auch Führungskräftetrainer und Coach, und er sagte, dass viele Führungskräfte nicht begreifen, dass sie Dienstleister sind. Und dass Führungskräfte oftmals denken, sie sind halt, ich sag mal so, diese höhere Unternehmensschicht und können quasi Aufgaben verteilen wie Anführer. Aber er meinte, das sind Dienstleister für die Mitarbeiter. Das heißt, die müssen dafür sorgen, dass die Mitarbeiter letztendlich gut arbeiten können. Und diese Denkweise verstehen viele nicht, weil sie vielleicht aufgrund von Status, wahrscheinlich auch oft, das nicht verstehen wollen. Richtig, genau. Es kommt aus diesem hierarchischen Denken heraus, des alten Verständnisses von Arbeitswelt, also aus dem Zeitalter der Industrialisierung, aus diesen militärischen Ursprüngen heraus, dass es eine Hierarchie gibt und der oben ist, der sagt, was getan werden muss. Das wird nach unten weitergegeben in der Befehlskette. Und die, die unten sind, müssen immer dann eins zu eins das ausführen, was der gesagt hat. Und heute ist es eben so, du willst selbst mitdenkende, eigenverantwortlich handelnde Menschen. Und die kannst du nicht, wenn du vorher das genaue Gegenteil gemacht hast, dann wunderst du dich, dass es dann nicht funktioniert. Und das mit dem Dienstleistungscharakter finde ich einen super Hinweis. Also kann ich dem Kollegen ja nur beipflichten. Das sehe ich genauso. Dass die Aufgabe der Führungskraft gerade in der Mitte der Organisation ist, also oben ja auch. Also auch der Geschäftsführer hat im Grunde genau die gleiche Aufgabe. Aber ich arbeite ja sehr viel, also zwar mit den Inhabern auch, aber nicht in der persönlichen Entwicklung. Also das lagere ich meistens aus, weil ich nicht beides machen will. Also ich will da nicht in einen Interessenkonflikt kommen, dass ich jemanden coache in der Geschäftsleitung und parallel noch mit den anderen Führungskräften arbeite oder mit den Teams. Aber es ist so, gerade in der Mitte der Organisation ist es auch oft so, dass man denkt, wenn ich der Boss bin, dann habe ich das Sagen. Und ich bin eigentlich der im Grunde, der als Dienstleister dafür sorgen muss, dass mein Team arbeiten kann. Und das ist wahrscheinlich auch das, was der Kollege meint, dass ich sowas bin wie der Bereitsteller von Ressourcen, dass ich der Bereitsteller bin meines Gehörs, wenn die Leute Sorgen haben oder eben Probleme haben, wo ich ihnen helfen soll, die zu lösen. Manchmal brauchen sie einfach nur auch eine gewisse Anleitung, also man muss Menschen ja auch individuell führen. Genau. Also es gibt, das ist ja auch wirklich, ich meine, da erzähle ich dir nichts Neues, aber dass es einfach Menschen gibt, die wollen eben diese strikte Führung, die wollen genau eine Liste haben, was muss ich abarbeiten. Und es gibt halt die Leute, die eben genau das abschreckt. Genau. Die das selber erfahren wollen und selber vielleicht ihre Ideen mit einbringen wollen. Ganz genau. Ich glaube, beides absolut zu sehen, das ist falsch. Ja. Oder nicht gut. Ja, das ist ja genau diese modernen Führungsansätze, auch beispielsweise so Ansätze, die eben betonen ja immer die individuelle Ansprache und Führung. Und das lässt sich ja erkennen auch an Persönlichkeitstypen. Deswegen gibt es ja auch so viele diagnostische Tools, mit denen man dann auch mal in einem Team eine Entwicklung macht, wo man sagt, Mensch, was bist du für ein Typ? Da gibt es ja persönlichkeitshypologische Modelle, die nach Farben agieren und denen dann einen Typ zuschreiben. Ein Handlungstyp, ein Verhaltenstyp oder ein Motivtyp oder ein Wertetyp. Und wenn man das weiß und sich darauf einlässt und bei sich selber auch anfängt, und das ist ja dieser schöne Satz, Führung fängt mit Selbstführung an. Das ist sozusagen einer meiner Schlüsselsätze, die ich eigentlich immer auch den Leuten in den Trainings und in Coachings vermitteln möchte. Ist auf jeden Fall jetzt der Titel der Folge. Dass in vielen Konstellationen, wo es dieser Probleme, die entstehen in den Unternehmen, es immer damit beginnt, dass ich als Führungskraft auch mich selber mal hinterfragen muss mit meinem Stil, wie ich mit den Leuten umgehe, wie ich kommuniziere. Was ich richtig mache, was ich gut mache, aber auch, was ich eben nicht so gut mache. Auch das Thema konstruktive Kritik zu lassen, sich Feedback einholen. Und dazu gehört eine gewisse Größe und eine gewisse Souveränität. Und die ist nicht immer gegeben, weil man aufgrund seiner Sozialisation eben manchmal auch in so Mustern gefangen ist, die es einem schwer machen, das dann so gelassen auch hinzunehmen erstmal. Würdest du da auch den Status hinnehmen? Also im Sinne von, wenn du halt in den Kreisen agierst, wo jeder eben nicht so denkt als Dienstleister, sondern eben, wir haben halt die dickeren Autos. Und du selber fühlst dich eigentlich falsch in dieser Rolle, also dass du eben so das nicht machen möchtest. Aber du kannst es nicht, ich sag mal, ausleben, weil eben dein Kollegenkreis so nicht tickt. Und denkst du, das wäre eine, also ist das eine Hürde für manche Führungskräfte, dass sie dann eher doch so bleiben, dass sie quasi in dieser Karriereleiter bleiben, aber nicht eigentlich zu dem, ich sag mal, Dienende, zu der Dienendenführung gehen? Ja, also, das ist eine lange Frage. Ja, also ich verstehe dich jetzt, ich kann ja mal versuchen, das so wiederzugeben, wie ich dich verstanden habe. Also du meinst also, wenn aufgrund der zum Beispiel Unternehmenskultur und Dienungskultur dort es üblich ist, sag ich mal, den dicken Max zu machen und auf seinen Status auch zu pochen und dass das Ganze sich auch widerspiegelt in Symbolik. Also zum Beispiel, der oben ist, hat die größten Autos und dann, wenn es nach unten geht, hat man immer kleinere Autos, kleinere Büros, so in der Art. Oder Büros. Genau, oder Büros, genau, Bürogrößen. Ja, das spielt ja durchaus eine Rolle auch in der Organisationsanalyse, dass man auch guckt nach Symbolen und nach solchen Dingen. Also, ja, ich würde sagen, dass wenn du in einer Kultur bist, dass du vielleicht dich, dass es zwei Möglichkeiten gibt, glaube ich, entweder du passt dich diesen Anforderungen dort an oder du merkst ein Spannungsverhältnis, zum Beispiel, weil das nicht mit deinen Werten kompatibel ist. Dann musst du halt für dich eine Entscheidung treffen, ob du da weiterarbeiten willst oder nicht. Also das muss jeder für sich individuell entscheiden. Also für mich ist das klar, dass ich beispielsweise, ich würde mir für jeden Unternehmer, für jeden Arbeitgeber den Arsch aufreißen, wenn ich jetzt als Freelancer oder auch als Angestellter irgendwo gefragt würde, für die zu arbeiten. Auch im Verkauf zum Beispiel. Aber wenn man mich schlecht behandelt oder wenn man mich unfair behandelt oder ungerecht oder irgendwie in einer sehr unschönen Art und Weise mit mir kommuniziert und auch das System zum Teil für mich so gegen meine Werte geht, also zum Beispiel, dass der Kunde bewusst beschissen wird oder was weiß ich, so solche Sachen, dann wäre das für mich klar, dass ich da nicht lange arbeiten kann. Also dann würde ich kündigen und auch wenn das zu meinem Nachteil wäre, wirtschaftlich erstmal, wäre das für mich ein Kriterium, was für mich nicht verhandelbar ist. Das muss man für sich auch mal klarkriegen, glaube ich. Ja, sehr gut. Ich möchte gerne, weil du hattest vorhin was gesagt, einmal weg von der Führungsebene, sondern zu den Mitarbeitern und du hattest vorhin gesagt, dass du nächtelang manchmal dann vor Excel-Tabellen gearbeitet hast und da ist mir der Satz in den Kopf geschossen. Ich glaube, ich hatte ihn das erste Mal von Tobias Beck gehört, von dem Speaker. Und zwar, verdienen kommt von dienen. Und ich selber empfinde das so, dass ich bin mir bewusst, dass ich oftmals einfach dann noch sehr wirklich dienen muss, weil ich einfach nicht direkt, ich sage mal, die Hand aufhalten kann, möchte, was auch immer. Sondern ich denke, jeder ist in einer Zeit, wo er einfach dient. Und das auch, ob es jetzt das Kaffeemachen ist, egal in welcher Rolle du bist, auch wenn du als Führungskraft bist. Ich habe das Gefühl, dass viele junge Leute gerade in Unternehmen das vielleicht so als Wert nicht haben, sondern dass sie oftmals gefühlt eben nicht dienen wollen, sondern dass sie dann gleich, keine Ahnung, Homeoffice, den Früchteteller, die vier-Stunden-Tage-Woche, äh, vier-Tage-Woche, das ist alles cool und da gibt es viele tolle Konzepte. Aber ich habe das Gefühl, dass manchmal diese wirklich anpacken und wirklich mal dienen so ein bisschen rausgeht. Wie ist das deine Erfahrung? Also, das, wenn ich ehrlich bin, kann ich die Frage nicht 100 Prozent objektiv beantworten. Ich kann nur meine, also ich könnte jetzt subjektiv nur meine Haltung mal sagen, was diese Einschätzung der Generationen angeht, also diesen Generationenansatz mit Y und Generation Y und Generation Z. Ja. Ich habe mal so einen schönen Artikel gelesen, da hieß es sinngemäß, eine Schublade ist zu klein eigentlich für diese Gruppe, für diese Menschengruppen, für diese Klassifizierung. Also, ich tue mich ein bisschen schwer mit diesen Ansätzen der Generationen, muss ich sagen, weil mein Eindruck eher der ist, dass von den grundsätzlichen Bedürfnissen durchlaufen Menschen Lebensphasen. Und in jeder Lebensphase haben sie unterschiedliche Bedürfnisse und die sind, glaube ich, in allen Generationen in den letzten 20, 30 Jahren gleich gewesen, behaupte ich. Das Einzige, was sich geändert hat, ist tatsächlich durch die technologischen Veränderungen und die Möglichkeiten, die wir haben, hat sich das Kommunikationsverhalten und die Art der Freizeitgestaltung, die Art der Selbstdarstellung, solche Dinge, die haben sich geändert. Und natürlich auch das Thema, dass wir seit vielen Jahrzehnten natürlich Wohlstand haben, glaube ich, grundsätzlich ist auch ein Thema. Aber für mich ist dieser technologische Wandel, also gerade auch der Wandel zum Smartphone und dieses Thema Social Media und so weiter, sicherlich ein Faktor, der dazu geführt hat, dass diese jungen Menschen irgendwie teilweise ein anderes Kommunikationsverhalten haben, habe ich manchmal das Gefühl. Also sie kommunizieren anders, sie kommunizieren eben im verlängerten Sinne gerne über ihr Gerät und sie verbringen dort sehr viel Zeit. Und sie entwickeln vielleicht durch diese neuen Dinge, die dadurch entstanden sind, ich nenne das Beispiel YouTuber oder Influencer und solche Sachen, vielleicht auch wieder ganz andere Wünsche, was ihre berufliche Zukunft betrifft. Also sie haben andere Optionen bekommen. Das glaube ich schon, dass man das dieser Generation zuschreiben kann, aber ich habe nicht das Gefühl, oder ich finde das ein bisschen kurz gegriffen zu sagen, also die Generation Z, die sind alle so und so, alle in der Altersparte. Das macht für mich irgendwie keinen Sinn. Also die Leute sind individuelle Persönlichkeiten, sind unterschiedlich sozialisiert, aber ich glaube, dass diese Bedürfnisstrukturen eher aus den Lebensphasen herauskommen. Die lassen sich nicht, finde ich, bezogen auf die Arbeitswelt so klassisch in Z, Y und X aufteilen, glaube ich. Außer jetzt bei dem Thema Leidensfähigkeit mag es so sein, das ist meine Theorie jetzt, so ein bisschen aus dem familientherapeutischen Kontext, weil ich dazu mal was gelesen habe, was ich sehr interessant finde, nämlich der Gedanke, dass es gibt einen Ansatz, der nennt sich transgenerationaler Ansatz. Das geht darum, dass du im Grunde genommen auch aus den älteren Generationen bestimmte Gefühls- und Verhaltensmuster mitnimmst, so als wenn die in deinen Zellen theoretisch weitergegeben werden. Also nicht gelernt. Ja doch, zum Teil auch gelernt, aber gewissermaßen auch über, vielleicht auch über, ja, wie auch immer, über Übertragung von Energie oder Zellen oder genetischem Material, wie auch immer. Das weiß ich nicht, also Gene können ja auch durch Verhalten und durch Umstände beeinflusst werden, das weiß man ja heute. Dass dort etwas weitergegeben wird an Ängsten, an bestimmten Dingen und dass jetzt die neuen Generationen, die jetzt nicht mehr so davon beeinflusst sind, von denen auch Kriegs- und Nachkriegsgenerationen, sag ich mal, dass die vielleicht freier sind einfach. Ja, das heißt, die haben zum Beispiel nicht mehr diesen Anpassungsdruck, wie unsere Generation, so ich jetzt zum Beispiel, mit 44 so. Wo man so pflichtbewusst sein will, wo man also wirklich gelernt hat, seine eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und sozusagen nur auf Leistung geht und man muss durchhalten. Also der Umgang mit den eigenen Bedürfnissen, der eigenen Selbstfürsorge und so und dem, was man vom Leben erwartet, hat man doch oft dann vielleicht zurückgestellt, weil man dachte, man muss seine Pflicht so erfüllen. Und das ist vielleicht etwas, was ich sagen würde, was ein bisschen sich verändert hat. Und das wird vielleicht von uns wahrgenommen als eine Art, ja, die nehmen das alles nicht mehr so ernst und die geben sich keine Mühe mehr und die wollen ja gar nicht sich mehr, sozusagen, die sind nicht mehr leidensfähig. Ja, okay. Ob das dann, da frage ich mich natürlich, ob man nicht eher darüber nachdenken sollte, ob die das nicht vielleicht richtig machen und wir machen es falsch. Aber das ist, lass dich jetzt mal offen, die Frage. Ja, sehr gut. Dann gehe ich gleich weiter. Der Podcast heißt ja Arbeit mit Mousse. Deshalb finde ich es immer spannend, vom Gast einmal zu hören, was die Definitionen für ihn, dieser Begriffe sind. Also was, Heiko, ist Arbeit für dich? Woran denkst du da? Arbeit ist für mich, ja, wie ich am Anfang sagte, eine Sinnerfüllung. Das ist für mich ein wichtiger Teil meines Lebens, der unbedingt Spaß machen muss. Sehr schön. Weil ich damit ja nicht nur mein Geld verdiene, sondern auch die meiste Zeit verbringe, wenn man das mal so runterrechnet. Ja, definitiv. Insofern möchte ich sowohl viel Zeit verbringen mit netten, inspirierenden Menschen, so wie dir jetzt zum Beispiel. Dankeschön. Ja, das meine ich auch so. Als auch mit netten Kunden, mit einfach Menschen, die auf Augenhöhe kommunizieren können. Ich möchte Leute mit Leuten arbeiten, die was verändern möchten, bezogen auf meinen Job jetzt. Also Leute, die es wirklich ernst meinen und nicht sagen, so Alibi-mäßig. Weil die etwas schaffen wollen auch. Ja, genau. Die also auch wirklich sagen, wir stehen dahinter, hinter diesen Veränderungen und wir setzen das auch um. Das wäre natürlich der Wunschgedanke oder Idealgedanke. Und Arbeit bedeutet für mich Selbstverwirklichung, vielleicht einen Fußabdruck hinterlassen. Das wäre so eine Vision, die ich habe, dass ich im Rahmen meiner Arbeit irgendwas hinterlasse, woran sich Leute erinnern können. Das könnte zum Beispiel ein Buch sein oder irgendwas, was ich auf jeden Fall, ich habe zwar schon ein Buch publiziert und so, aber… Du darfst den Titel gerne sagen. Eigenwerbung ist hier natürlich erlaubt. Wir haben das nicht abgesprochen, muss ich ganz klar sagen. Nee, wirklich nicht. Aber es geht nur um ein einfaches, kompaktes E-Book zum Thema Führen in der Sandwich-Position. Also es geht um die Führung in der mittleren Führungsebene. Okay. Offizieller Begriff, Sandwich-Position? Genau, so der Begriff, der sich eingeschlichen hat, so als eben, weil man so in der Mitte ist, wie beim Sandwich eben so. Führen in der Sandwich-Position, erschienen im Bookboon-Verlag, ist nur ein E-Book, also es gibt es nicht als körperliches Buch. Hast du das vor, mal zu drucken? Nee, kann man nicht, weil deren Geschäftsmodell sind nur virtuelle Produkte, also nur Infoprodukte, die virtuell sind, also E-Books, Podcasts. Also für jeden, der es lesen möchte, ich packe den Link da rein, den schickst du mir bitte? Okay, alles klar. Nee, aber das ist sowas, was Arbeit auch für mich bedeutet. Also dass ich, muss ich ehrlich sagen, schon auch den Anspruch habe, irgendwie irgendwas zu hinterlassen, was wahrgenommen wird. Es hat was mit Anerkennung zu tun, auf jeden Fall, gebe ich zu. Auch Stolz? Stolz, ja, ich möchte stolz sein auf das, was ich tue. Ich möchte eben dieses Sinnstiften auch tun, im Sinne von, ich möchte, dass es den Menschen, wenn ich mit ihnen gearbeitet habe, danach besser geht. Sehr schön. Als vorher und nicht schlechter. Ja. Das kommt zwar auch vor manchmal, also es ist ja nicht immer nur, also man hat ja nicht nur erfolgreiche Projekte. Ja, natürlich. Und manchmal klappt es eben auch nicht. Aber so ist das Leben, ja. Dann zweiter Begriff, Muße und vielleicht auch ist für dich, wie könntest du in deinem Kopf das zusammenbringen? Wie denkst du darüber? Ja, Muße assoziiere ich so mit Müßiggang, also aber auch mit Ruhe, dass man etwas mit Bedacht und mit Ruhe macht, also Arbeit mit Muße im Sinne von, ja, bewusst bedacht, etwas Schöpferisches tut. Und aber auch eben, also ohne Hektik, so. Okay. Das wäre meine Assoziation. Sehr schön. Und arbeitest du manchmal in Muße? Oder mit Muße? Ich gewöhne mir an, jetzt seit ein, zwei Jahren mich dazu zu erziehen, mit mehr Muße zu arbeiten. Mhm. Gerade weil ich in den konzeptionellen Arbeiten und in den schöpferischen, kreativen Teilen, wie Konzepte erstellen, ja, und auch an meinem Geschäftsmodell arbeiten und so weiter. Ich brauche dafür Ruhe und ich brauche dafür auch Rückzug. Und ich packe mir den Kalender nicht mehr so voll wie früher am Anfang. Ich hatte, habe eben auch schon so meine Erfahrungen gesammelt, auch mit Burnout in der Vergangenheit. Mhm. Und seitdem vermeide ich diese, ja, diesen künstlichen Aktionismus und diese Hektik. Ja. Das tut mir nicht gut. Tut, glaube ich, keinem gut, oder? Nee. Aber, genau, es tut eigentlich keinem gut. Jeder muss das erst erfahren. Ja. Nur manche haben auch andere Energiereserven vielleicht und halten das noch viel länger durch. Bei mir ist einfach dann auch ein Punkt erreicht irgendwann, wo ich dann, wenn ich über meine Grenzen gehe, mein Körper sich auch meldet und mir das auch widerspiegelt dann. Und das, wenn man das einmal miterlebt hat, dann muss man dann für sich einfach feststellen und anerkennen, man kann trotzdem kreativ, leistungsfähig und klug und gut sein in dem, was man tut, aber man muss sich nicht tot arbeiten. Mhm. Das ist es nicht wert aus meiner Sicht. Mhm. Sehr schön. Wir haben noch eine Viertelstunde. Da haben wir noch, möchte ich noch zwei Sachen ansprechen. Okay. Und zwar haben wir noch diese kleinen kurzen Fragen am Ende. Und wir haben Fragen aus dem Publikum. Das ist einmal, was Social Media passiert. Einmal ein Freund und einmal ein Kollege, von dem ich quasi weiß, dass da Situationen vorherrschen. Zwei sind per Schriftform und einen rufen wir gleich an. Ich würde sagen, wir machen, also da bitte ich, kurze Klappe antworten. Die erste Frage ist von Annika. Und Annika, ich lese die Frage einmal vor. Bei der Arbeit habe ich oft mitbekommen, dass befreundete Kollegen YouTube-Videos gucken, anstatt zu arbeiten. Wie könnte ich die Person darauf ansprechen, ohne mich als Boss aufzuspielen? Es ist sehr frustrierend, das Gefühl zu haben, dass die ganze Arbeit bei mir bleibt und ich mich selber um alles kümmern muss. Ich möchte mich gerne auf meine Kollegen verlassen können. Ja, das ist eine sehr gute Frage. Also wenn ich selber betroffen bin, wenn sie selber betroffen ist davon, dass andere ihre Arbeit nicht machen und eher freizeitmäßig auf YouTube Zeit verbringen und sie dadurch mehr Arbeit hat, dann sollte sie es ansprechen. Beim Kollegen. Ja, die Frage ist ja auch, ist ja die Frage, wie ich das anspreche. Es geht ja gar nicht darum, ob ich das, sondern wie ich das ansprechen kann. Ich würde das einfach auf kollegiale Art und Weise ansprechen. Nämlich sagen, hey du, sag mal, vielleicht auch beim Mittagessen. Sag mal, ich sehe immer, dass du so viel auf YouTube bist. Machst du die Zeit dafür? Also ich weiß nicht, wo mir der Kopf steht. Und deinetwegen sozusagen muss ich dann auch noch die Überstunden machen oder muss von dir noch Aufgaben übernehmen oder du kommst nicht hinterher. Also würdest du das auch direkt auf ihn beziehen, also ihn damit konfrontieren, dass er dann schon ist? Ja, also ich würde es auf jeden Fall, wenn, dann ja im Vier-Augen-Gespräch und nicht irgendwie öffentlich ansprechen. Das ist ja klar. Also das ist ja oft dann immer so die Angst vor dem Konflikt. Davor scheuen ja manche zurück, dass der andere vielleicht sauer ist oder so oder dass sich da an der Beziehung etwas ändern könnte. Aber man findet durchaus, finde ich, Ausdrucksweisen, das anzusprechen, wenn das auf mich Auswirkungen hat, dann muss ich das oder sollte ich das nicht stehen lassen. Wenn das etwas ist, es gibt ja auch diese Situation, dass ich beobachte, dass jemand seinen Job nicht macht. Das hat aber keine Auswirkungen auf meinen Job. Und ich sage dann einfach nur, ich ärgere mich nur darüber, dass der genauso viel Geld bekommt wie ich, aber der macht seinen Job nur halb oder was weiß ich und ich mache meinen Job gut. Und da finde ich es ehrlich gesagt, Energieverschwendung, mich damit zu beschäftigen, weil da konzentriere ich mich dann auf mich. Und das ist nicht meine Baustelle, finde ich. Da sollte der andere sehen, wie er klarkommt. Das wird dann irgendwann hochpoppen, denke ich mal. Oder wenn die Führungskraft das durchgehen lässt, dann ist das auf jeden Fall aber auch nicht mein Thema. Das ist schwierig, aber da rate ich den Leuten immer, dass sie sich auf sich fokussieren sollten. Das zieht nur Energie. Es wird immer Leute geben, die damit durchkommen, dass sie vielleicht trotzdem YouTube-Videos gucken oder auf ihr Handy gucken oder was weiß ich. Wenn das Auswirkungen hat auf den Arbeitsprozess und auf andere, dann muss man es ansprechen. Ja, dankeschön. Dann rufen wir einmal meinen guten Freund Kenneth an. Die Frage weiß ich noch nicht. Allerdings bin ich gespannt. Das ist auch das erste Mal, dass wir jetzt jemanden anrufen aus der Sendung. Das blieb im Radio. Na? Hi, Kenneth. Hi, moin. Ja, du bist schon live, live nicht, aber du bist aufgenommen in der Sendung. Gegenüber sitzt man Heiko. Kenneth, Heiko. Hallo. Ja, moin, hallo. Moin. Du hattest gesagt, du hast quasi eine Frage, würdest du einmal da kurz umreißen und damit Heiko den Kontext hat? Ja, richtig. Jetzt ging es ja um Konfliktsituationen in Betrieben, so wie ich das weiß. Und was mir aufgefallen ist, dass es in vielen Betrieben eine mangelnde Kommunikation gibt. Und da ist natürlich dann die Frage, wie man diese Kommunikation optimieren kann. Das ist ein relativ großer Konflikt in vielen Unternehmen, was mir so aufgefallen ist. Ich hatte, ja, danke für deine Frage. Zu Anfang unseres Podcasts hatte ich einmal dazu gesagt, dass ich aus meiner Sicht es genauso einschätze wie du. Und auch erlebe in meiner praktischen Arbeit, dass Kommunikation immer, sag ich mal, einer der Hauptschwierigkeiten ist. Und das liegt mal oft daran, dass es auch nicht nur an der Art und Weise, wie die Leute kommunizieren. Also, dass sie zum Beispiel irgendwie vielleicht ihre schlechte Laune und ihre persönlichen Befindlichkeiten mit zum Arbeitsplatz bringen, ist eine Sache. Also, dass sie das nicht trennen können, dass ihre Eheprobleme oder ihre Beziehungsprobleme oder ihre, weil sie mit dem falschen Bein aufgestanden sind, irgendwie das mitbringen. Sondern und dann ablassen bei ihren Kollegen. So diese Frustration vielleicht auch. Das ist das eine. Das andere ist, es fehlt doch häufiger, als ich gedacht habe, auch an dieser sogenannten institutionalisierten Kommunikation. Das heißt also, dass es Meetingstrukturen gibt. Das heißt, zwischen Tür und Angel alles zu kommunizieren, ist nicht immer hilfreich. Sondern du brauchst manchmal einfach auch mal fünf Minuten länger in Ruhe. Sowohl um mal Gedanken zu formulieren, als auch mal wirklich die Zeit sich zu nehmen, diese Störungen auf der Beziehungs- und Kommunikationsebene zu bearbeiten und aufzulösen. Das merkt man ja oft, dass man auf der Sachebene nicht weiterkommt, wenn es schon eine Störung gibt zwischen zwei Personen. Und dafür muss man sich auch mal zurückziehen können in einen Raum. Sei es ein Meetingraum oder auch mal irgendwie außerhalb oder wie auch immer. Und diese Zeit, die wird sich nicht genommen, weil das dann teilweise als Zeitverschwendung angesehen wird. Wir haben ja keine Zeit dafür. Wir haben ja so viel zu tun. Das ist für mich eine Ausrede. Man muss sich die Zeit nehmen, weil viele Probleme in der Folge entstehen, wenn man es nicht tut. Und um die dann aufzuarbeiten, diese Probleme, dafür holen sie sich dann Leute wie mich, so Coaches. Worüber ich mich ja freue, aber ich denke dann oft auch, man kann natürlich durch entsprechend, es gibt es ja natürlich auch in vielen Unternehmen, auch in kleinen und mittelständischen Unternehmen, gibt es Filialleiterrunden, Schichtleiterrunden, Bauleiterrunden oder eben Statusmeetings. Und die müssen ja auch nicht vier Stunden sein, wie in manchen Großkonzernen, sondern die können ja auch einfach mal 30 Minuten sein. Dreimal in der Woche. Oder man vereinbart einfach auch eine gewisse Art des Umgangs im Büro. Also Open Door zum Beispiel heißt, ich bin ansprechbar von Seiten des Chefs. Geschlossene Tür heißt, ich bin nicht ansprechbar. Man kann einladen zu Terminen, also man kann individuell natürlich sagen, pass auf, wenn es ganz individuelle Probleme gibt, dann schreib mich an als Vorgesetzten, als Führungskraft und dann machen wir einen Termin aus. Das ist die Ansprechbarkeit und die Bereitschaft der Führungskraft muss da gegeben sein, eben auch Dienstleister zu sein für die Themen. Wir hatten das vorhin, das Thema. Und deswegen ist für mich diese sogenannte, ich nenne das immer institutionalisierte Form von Kommunikation, also feste, eine Meetingstruktur zu haben, ein Lösungsansatz aus meiner Sicht, der schon sehr viel bringt. Wenn man das lebt und ernst nimmt, also wenn man erkannt hat, dass Kommunikation wichtig ist für die Beziehungsebene, aber auch für die Klärung von Sachständen, weil man damit oft auch Missverständnisse vermeidet. Manchmal kommunizieren zwei Leute parallel miteinander, dann weiß der Dritte nichts davon und all diese Dinge kommen ja täglich vor eigentlich. Ja, das wäre meine verkürzte Antwort. Ich weiß nicht, ob ich das glücklich mache. Ja, das stimmt natürlich. Also das mit den Meetings ist tatsächlich auch so, dass wir das in unserem Unternehmen nach und nach auch eingeführt haben. Aber aufgrund verschiedener Umstände ist es dann so, dass es dann teilweise auch vertagt wurde und ja, das dann doch wieder zu Kommunikationskonflikten gekommen ist. Ja, aber welche natürlich dann, ja, durch diese Meetings, sag ich mal, dann wieder geregelt werden können, ne? Ja, also die Regelmäßigkeit und die Einhaltung dieser Termine ist natürlich schon etwas, wo man sich committen muss, ne? Gerade als Leitungskraft, finde ich. Sonst verläuft das wieder im Sande. Und das Zweite ist aus meiner Sicht, man muss es protokollieren und es muss schriftlich festgehalten werden für alle, um eine Verbindlichkeit zu haben, wenn man da rausgeht, dass man gemeinsame Ziele und Aufgaben verteilt und auch Verantwortliche benennt. Und auch Deadlines in der Regel, ne? Also nicht, dass man einfach nur redet und dann geht man raus und dann sagt man, weiß man eine Woche später nicht, was man geredet hat, sondern es muss irgendwie ein dokumentierter Prozess sein. Und da muss man ja nicht romanisch schreiben, sondern in Stichpunkt die wesentlichen Punkte festhalten, worauf man sich geeinigt hat. Und dann kann auch jeder Bezug darauf nehmen. Und es nimmt in der Regel auch viel Stress, habe ich festgestellt, weil die Leute einfach wissen, wir haben es irgendwo aufgeschrieben. Wenn ich es nicht mehr weiß, ich kann nachgucken. Ja, also aus dem Kopf. Wir sind entspannter dann, ne? Ja, genau. Genau. Okay, cool. Hat es dir ein bisschen geholfen? Klar, definitiv. Also das ist ja ein sehr leidiges Thema. Kommunikation ist ja heutzutage sehr leidig geworden und hat mir schon weitergeholfen. Tatsächlich hätte ich sogar noch eine Frage. Ich denke aber, dass die wahrscheinlich auch in die rechte Kommunikation geht. Da geht es dann um unklare Aufgabenverteilung und Strukturen, wie man diese Aufgaben verteilen kann. Aber das hat ja auch irgendwo was mit Kommunikation zu tun, denke ich mal. Wo, wie er da schon gesagt hatte, das einfach protokollieren muss, aufschreiben muss, wo man dann gegebenenfalls darauf zurückgreifen kann. Ja, genau. Also als Ergebnis bei unklaren Zuständigkeiten, Aufgabenverteilung könnte man höchstens noch ergänzen, dass man eben ja damit zunehmend begonnen hat, in den Unternehmen auch dieses Selbstorganisationsprinzip mehr zu leben. Das heißt, dass die Mitarbeitenden in den Teams sich eigenständiger wie in so einem kontinuierlichen Verbesserungsprozess einfach auch in gemischten Gruppen auch mal zusammenfinden mit den Beteiligten, die betroffen sind von diesen Unstimmigkeiten und gemeinsam eine Lösung sucht, anstatt dass jetzt die Führungskraft eine sich ausdenkt und dann mitteilt. Ach so, das halte ich für den besseren Weg. Ja, das stimmt. Ja, das auf jeden Fall. Cool. Ja, cool. Kenneth, vielen, vielen Dank, dass du mitgemacht hast. Ja, danke dir. Ja, sehr gerne, sehr gerne. Ja, wünsche ich euch auch und genießt die Sonne. Ja, du auch. Bis dann. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao. Sehr cool. Okay, dritte Frage. Die hat einen Freund von mir gestellt, der da nicht unbedingt genannt wird. Wir nennen ihn mal Max. Und Max hat das Problem, oder Problem nicht, er wurde im Grunde befördert. Die Stelle wurde aber erstmal einem Kollegen von ihm vorgeschrieben. Dann hat aber letztendlich die Führungskraft ihn dann doch quasi ausgewählt. Und jetzt ist der Kollege ein bisschen nicht mehr so gut auf ihn zu sprechen. Einfach aufgrund von der, weil er plötzlich genommen wurde. Das ist schon belastend, meint er, weil er kann da im Grunde nichts für. Natürlich freut er sich, er will das auch machen. Wie könnte man da gucken, dass man, also wie könnte man im Grunde diesen zurückgestellten Kollegen wieder irgendwie, keine Ahnung, wie kann man sich da annähern vielleicht? Oder dass man das, sein Stolz da irgendwie wieder in Ordnung bringt? Es gibt zwei Lösungsansätze. Der erste wäre, ein Profikiller anheuern und den Kollegen verschwinden lassen. Das wäre das erste. Okay, das empfehlen wir natürlich offiziell nicht. Nein, der zweite Lösungsansatz ist, die Führungskraft gleich mit. Nein, nein, Spaß. Okay, also aus meiner Sicht auch ein Führungsthema, würde ich sagen. Also eigentlich grundsätzlich. Die Frage ist ja, wie es dazu gekommen ist, dass erst der andere Kollege dann im Rennen war und dann plötzlich nicht mehr. Insofern kann man, da ich die ganze Geschichte nicht kenne, würde ich sagen, könnte man unter gewissen Umständen den Kollegen ja sogar verstehen, dass er pissig ist. Also dass er einfach gekränkt und sich zurückgesetzt fühlt und einfach sauer ist. Aber halt nicht gegenüber meinem Kumpel. Genau, und das ist jetzt das nächste Problem. Man kann ja im Grunde nur, und das sind ja ganz, finde ich, menschliche, ganz normale menschliche Verhaltensweisen. Man kann ja eigentlich nur mal auf diese Person zugehen und sagen, lass uns mal irgendwie beim Bier oder irgendwie mal beim Kaffee treffen und ich würde gerne mal mit dir reden darüber. Und dann kann man nur sagen, pass auf, die Situation ist jetzt so und so. So, ich habe mich durchaus interessiert für diesen Job. Ich möchte den machen. Also man muss dahinter stehen natürlich. Ich will diesen Job machen und ich habe mich darauf beworben und ich bin froh, dass ihn jetzt habe, aber mir tut das natürlich leid, was da passiert ist und ich fand es vielleicht nicht richtig, wie mit dir umgegangen wurde oder so. Das kann man ja schon auch. Also Verständnis auch. Ja, ich finde schon, man kann Verständnis äußern. Ich kenne ja jetzt die genauen Hintergründe nicht, aber wenn es jetzt so war, dass vielleicht auch einige Sachen nicht so gut, nicht so sauber gelaufen sind, dann finde ich, sollte man schon das auch so kommunizieren. Aber man kann letztlich, muss der andere entscheiden, wie er damit umgeht. Das ist jetzt, ich bin der Meinung, dass es wahrscheinlich auch ein Führungsthema war. Theoretisch könnte auch die Führungskraft die beiden mal irgendwie zusammenrufen und ein Dreiergespräch führen. Wäre auch eine Möglichkeit, aber ich vermute mal, dass sehr oft das dann vermieden wird, weil man vielleicht auch sogar weiß, das war nicht ganz sauber. Die Führungskraft hat sich vielleicht zu schnell nach, sozusagen aus dem Fenster gelehnt mit einer Entscheidung. Ja. Hat die dann zurückgenommen und dann jemand anderes genommen. Es gibt sicherlich Coaches und Berater, die würden jetzt sagen, Mensch, wir sind hier nicht im Kindergarten. Da hat jetzt ein Chef, hat eine Entscheidung getroffen, hat jemanden ernannt. Manchmal macht man halt Fehler, der andere muss damit leben und wenn er nicht will, dann soll er gehen. Das ist ja letztlich auch seine Entscheidung. Also der muss im Grunde genommen wissen, ob er da bleiben will und jetzt untergeordnet tätig sein möchte in der Hierarchie. oder ob er sagt, nee, das will ich nicht mehr, jetzt gehe ich. Das wäre wahrscheinlich aus meiner Sicht fast die, emotional betrachtet, wahrscheinlich die beste Lösung. Wenn er nicht in der Lage ist, sich da einzufügen jetzt, weil das scheint mir ja ein bisschen festgefahren zu sein. Aber dein Kumpel hat da ja eigentlich, wenn er da selber jetzt nicht irgendwie unfair reingegrätscht ist, sondern einfach nur ernannt wurde, weil er kompetent ist und weil jemand ihm vertraut, dann kann er nichts dafür für die Entscheidung. Die hat er nicht getroffen. Und insofern kann man nicht mehr als das Gespräch suchen oder anbieten oder eine Lösung anbieten, dass man sich irgendwie da einigt. Aber er hat überhaupt keinen Einfluss darauf, was der andere da jetzt fühlt, denkt oder wie er sich entscheidet. Es wird auf jeden Fall so sein, dass es für ihn nicht leichter wird, mit so einem, ich nenne es mal, angeschossenen, verletzten, gekränkten Raubtier da im Team klarkommen zu müssen. Also das wird er wahrscheinlich auch merken. Und da muss er dann als Führungskraft, als neue Führungskraft irgendwann sicherlich auch durchgreifen und den Kollegen dann auch zur Rede stellen und sagen, also entweder wir finden jetzt einen Weg, zusammenzuarbeiten oder wir müssen Wege finden, dass wir uns trennen oder du musst dir was überlegen. So geht das nicht. Ja. Also auch klare Kante. Ja, nicht aussitzen das Thema. Wie gesagt, ich habe versucht jetzt beide Seiten zu beleuchten. Ja, natürlich. Aber ich denke, da gibt es einfach Dinge, da hat man auch nicht so viel Einfluss darauf, wie ein anderer Mensch sich dann entscheiden wird. Ja. Cool. Danke dir. Ich hoffe, dass die mir das geholfen hat. Ich werde ihm auf jeden Fall darauf hinweisen, dass er die Antwort hier findet. Ich gucke auf die Zeit. Wir machen noch einmal drei kurze Fragen. Kurze Antworten. Kurze Fragen. Kurze Fragen, kurze Antworten. Und zwar die erste ist, welche Ausgabe unter 100 Euro hat dein Leben, egal ob Arbeit oder privat, in den letzten Monaten, ich sage mal, am positivsten beeinflusst? Also eine Ausgabe unter 100 Euro, die auf jeden Fall sich gelohnt hat, waren bestimmte Bücher, die ich mir gekauft habe. Okay. Ja, okay. Und zwar, wenn du jetzt meinst, also es geht ja nicht nur um materiellen Gewinn, sondern auch um, was hat es mir gebracht, ne? Natürlich, genau. Also, ja. Also wenn ich jetzt dieses, also da bei den Büchern würde ich sagen, gab es eben so drei, vier, zwei, drei Bücher, die mich da auch sehr inspiriert haben. Das war einmal die revolutionäre Kraft des Fühlens von Maria Sanchez. Das Buch hat mir eine Freundin, sehr, sehr gute Freundin und auch Coachkollegin geschenkt. Und das hat mir in meiner persönlichen Entwicklung sehr weitergeholfen. Okay. Dann ein Buch, was ich 2004, als ich im Auslandssemester während meines Studiums in Indien war, gelesen habe und das mich auch sehr berührt hat, war das Buch Man's Search for Meaning. Also der Mensch auf der Suche nach dem Sinn des österreichischen Psychiaters und Arztes Viktor Frankl. Da geht es eben gerade um das Thema Sinn. Und es geht letztlich darum, vom Fazit her, dass man auch in den ausweglosesten Situationen immer noch einen Sinn findet. Ja. Und dass man auch als Mensch diesen freien Willen hat, zu entscheiden, wer man sein will und dass man eben selber diesen Sinn kreieren kann. So kann man sagen. Das ist zumindest für mich das Fazit gewesen aus dieser Geschichte. Es geht um die, es ist ein biografisches Buch, was die Zeit im KZ in Auschwitz beschreibt. Ja, und das dritte, ein Buch, was mich auch in meiner Arbeit sehr beeinflusst hat, ist eben was sinnzentrierte Unternehmensführung angeht, ist das Buch von, des Unternehmers Bodo Jansen, Die stille Revolution. Wunderbarer Film. Ja. Sehr immer im Thema. Unglaublich. Und es ist eben auch ein realer Fall und deswegen auch, wenn man so will, so ein Best-Practice-Fall. Ja. Also auf jeden Fall, das sind so Dinge, die, wo ich sagen würde, das waren schon so Investitionen unter 100 Euro, die sich ausgezahlt haben. Also zusammen, ja. Da greife ich dann, also im Grunde, die zweite Frage wäre gewesen, welches Buch dich in deinem Leben quasi beeinflusst hat. Gäbe es noch ein Buch außerhalb dieser drei oder würdest du schon sagen, dass quasi jetzt auch Man's Search for Meaning quasi eins dieser Bücher war? Es gab sicherlich noch andere Bücher, die ich auch mit viel Freude und auch mit Inspiration gelesen habe. Also dieses Buch, ja, Big Five for Life. Ja. Das fand ich auch sehr schön, ist schon länger her, als ich gelesen habe, aber daran erinnere ich mich noch. Ganz tolles Buch, ja. Dieses, wie heißt das, also auch eine Reihe von, achso hier, natürlich auch psychologische Fachliteratur, ganz klar, aber auch ein Buch von Virginia Satir, einer Familientherapeutin. So ein Grundlagenwerk von ihr, das habe ich zumindest quer gelesen einmal, das hat mich auch sehr, hat mich sehr beeindruckt, aber auch sehr erhellend in Bezug auf Systemfamilie und so weiter. Und dann würde ich sagen, gab es noch das Buch von Bodo Schäfer, das ist ein Erfolgs- und Finanzcoach, der in Deutschland relativ bekannt ist, manche werden ihn kennen, manche nicht. Ja. Da hat ja Malte dieses Ursprungsbuch, ging ja darauf ein, wie man in sieben Jahren Millionär wird. Ja. Aber das ist gar nicht das Buch, was ich so... Von zwölf Prozent Zinsen auf der Bank. Das war damals ja ein Bestseller. Ja, das ist auch gut, das Buch, also definitiv. Ich habe aber, das Buch, was ich meine, ist die Gesetze der Gewinner. Ha. Ja. Das ist ein Buch, was mich vom Titel her erstmal in eine völlig falsche Richtung gelenkt hatte. Ich dachte erst so, oh, das ist wie so ein Phrasendrescher-Buch. Ja. Und dann habe ich das gelesen, habe gedacht, das ist mega reflektiert und tiefgründig. Und sehr einfach geschrieben. Einfach geschrieben und die Lebensgesetze, also es ist nicht so wie Lebensgesetze, sind eigentlich total klar. Ich meine, die gibt es ja wirklich, ob Brian Tracy, da braucht man eigentlich die gleichen Bücher lesen, ist alles gleich. Bodo Schäfer, Gesetze der Gewinner, war tatsächlich das Buch, was mich überhaupt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung irgendwie in Kontakt gebracht hat. Das war das allererste Buch, was ich jemals in diesem Stil gelesen habe und das war, ich weiß auch, ich habe es mir von Amazon bestellt und war dann an dem Tag am Strand und habe es dort angefangen zu lesen. Und ich war vorher keine Leseratte, überhaupt nicht. Und das war total, ich war total geflasht, weil ich habe sowas, wie gesagt, noch nie gelesen. Und dann liest du das und denkst die ganze Zeit, oh mein Gott, wieso kennt der mein Leben? Und seitdem, da kamen dann viele, viele Bücher danach. Aber das war das erste Buch tatsächlich, welches ich da Kontakt hatte. Okay, cool. Da muss ich Bodo Schäfer schon danken, das ist wirklich toll, das Buch. Das ist wirklich vom Titel und vom Bild her ein bisschen abstreckend, weil es, wie gesagt, so ein fraschendrischer Buch aussieht. Aber es ist toll. Ja, fand ich auch. Toll, das Buch. Ja, und vielleicht nochmal eine Sache, aber das ist kein Investment jetzt unter 100 Euro gewesen, aber vielleicht auch für Leute, die jetzt noch zuhören und die Gründer sind oder die noch am Anfang stehen oder die noch junge Unternehmer sind. Also was mir sehr in den letzten Jahren geholfen hatte, gerade am Anfang meiner Gründung und meiner Selbstständigkeit war, dass ich mir irgendwann das Glück hatte, einen Mentor zu haben. Also eine Art Coach, eine Mischung aus Coach und Mentor. Also ein sehr erfolgreicher, erfahrener Unternehmensberater und Steuerberater, der eben auch selber unternehmerisch sehr erfolgreich ist und der fast so eine Art freundschaftliche Beziehung entstanden ist, weil er ist älter als ich und hat eben viel mehr Erfahrung gehabt, Lebenserfahrung, Berufserfahrung. Hat tatsächlich auch im Konzernvorstand mal gearbeitet bis hin zu geschäftsführende Positionen eingenommen, in mittelständischen Unternehmen sehr erfolgreich mittelständisches Unternehmen geführt. Und der hatte mich unternehmerisch so ein bisschen an die Hand genommen und hat mir eigentlich auch durch sein Feedback zwar teilweise auch schmerzhaft, aber so die Augen geöffnet an der einen oder anderen Stelle. Ich habe danach auch wirklich angefangen dann an einigen Dingen zu arbeiten, an mir und ich glaube ich wäre heute nicht da, wo ich stehe und hätte, ich kann auch sagen, nicht nur einigermaßen erfolgreich im Sinne von, konnte man immer meinen Lebensunterhalt verdienen mit meiner Selbstständigkeit und war eigentlich meistens zufrieden. Ich hatte auch meine Wellen und Dellen da drin, ganz klar, es war nicht nur immer leicht, auch holprig und gab auch starke Ausschläge, aber die Entwicklung war sozusagen ansteigend über die vielen Jahre hinweg. Und ich wäre definitiv nicht heute da, wo ich stehe, auch insgesamt, wenn ich diesen Menschen nicht gehabt hätte. Sehr schön. Das ist zum Thema Gesetz der Gewinner. Ich glaube, das letzte Drittel des Buches geht ja tatsächlich auch um Mentorship, wie wichtig das ist. Also holt euch einen Mentor. Ja. Du siehst das auch so, Philipp, glaube ich, ne? Ja, tatsächlich und ich war immer jemand, der sich, also aktuell bin ich ja selbstständig, davor habe ich mich aber auch immer ein bisschen an die Chefs gehangen. Ich war immer in kleineren Unternehmen, so in kleinen Agenturen und ich war immer jemand, der dann so ein bisschen sich immer an den Chef gehangen hat, weil ich da auch ziemlich coole Chefs hatte und der davon lernen wollte. Und jetzt habe ich auch das Glück, dass ich quasi mit zwei Menschen zusammenarbeiten darf, die eben schon sehr, 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 sehr viel weiter sind im Leben als ich. Von der Erfahrung einfach her und von der ich sehr, sehr viel lernen darf und das ist, wie du schon sagst, schmerzhaft manchmal und man muss arbeiten, aber man wächst halt einfach sehr viel mehr. Ja, das können Gespräche beim Mittagessen sein, die einen Impuls setzen, der tatsächlich Sachen verändert. Ja. Zum Beispiel diese Dienstleistungsgeschichte. Also ich kann dir auch beipflichten, es ist natürlich immer die Frage, wo kriegt man einen Mentor her? Viele sind ja auch, wenn man bei Xing oder so guckt und sagen, sie können quasi diese Mentorrolle einnehmen. Ich weiß nicht, immer nicht, ich habe das Gefühl, sowas muss irgendwie natürlich entstehen. Also es gibt ja wirklich Leute, die dann für Geld quasi Mentorship machen, aber ich glaube, ich würde es als richtig erachten, einfach viel auf Veranstaltungen präsent zu sein, bei Treffen und Leute kennenzulernen und sich irgendwann jemanden, wo man denkt, das ist eine gute Richtung, einfach offen zu fragen, ob man wie so eine Art, keine Ahnung, Langzeitpraktikum einfach nebenbei machen darf, dass man von diesen Menschen begleitet. Ich glaube, ich glaube, das wäre der Weg. Ja. Ich weiß nicht, ob dieses Geschäftsmodell Mentorship manchmal so. Ja, ich sehe das, das sehe ich ähnlich. Also es hat sich bei mir auch so ergeben. Man kann natürlich auch gezielter sich auf die Suche begeben und wenn man sich was stark wünscht und auch Energie da reinsteckt, dann passiert das meistens auch, dass man die richtigen Leute… Das Gesetz der Anziehung. Ja, genau, Gesetz der Anziehung. Das Secret. Gerade wenn man sich eben auch mehr unter Leute begibt, ist ja klar auch, von der Wahrscheinlichkeit, dass man dann eben auch was präsent ist. Ich glaube, dass dieses Gesetz ist auch wirklich einfach nur, du eröffnest dir halt die Wahrscheinlichkeiten mehr, dass es passiert, weil du einfach genau nach dem lebst, wo sowas passiert. Wahrscheinlich, ja. Manchmal denke ich, es gibt noch so eine spirituelle Ebene, die was mit energetischen Prozessen zu tun hat, die man noch nicht so sich erklären kann, glaube ich vielleicht. Was ich finde ist, man sollte sich, wenn man unternehmerisch, erfolgsmäßig sich coachen lässt oder einen Mentor hat, im unternehmerischen Sinne sollte man sich wirklich jemanden suchen, der selber schon erfolgreich ist. Definitiv. Man sollte sich nicht jemanden suchen, der Coach ist oder so und das allgemein macht, selber aber vielleicht noch gar kein Unternehmen aufgebaut hat oder selber noch gar nicht erfolgreich ist, sondern man sollte dahin gehen eben, das ist ja dieses Modeling of Excellence in der NRP, lerne von den Leuten, die super sind in dem, was sie tun, die erfolgreich sind, da, wo du hin willst sozusagen. Ja, und was ich da super spannend fand, welche Erfahrungen ich auch gemacht habe, ist, dass tatsächlich, viele haben ja Berührungsängste, ich sag mal, höhere Leute, einfach in der Ebene, höhere Leute anzusprechen. Was ich aber von vielen schon gehört habe und auch wirklich mitbekommen habe, dass eher die mittlere Management-Schicht, eher diese, mit denen du nicht unbedingt sprechen kannst, die dann im, ich sag mal, Flugzeug-Business-Klasse sitzen, in dem Laptop starten und tippen, die, die da drüber sind, die es im Grunde schon wirklich geschafft haben, die geben sehr, sehr gerne Wissen preis. Das sind auch Leute, die du wirklich einfach anschreiben kannst, wenn du, wenn du natürlich eine feste Frage hast, ne, du kannst natürlich anschreiben, hey, können wir uns mal auf einen Kaffee treffen, ich würde, also, würde gerne was von dir lernen, ja, das ist sehr undefiniert. Aber wenn du eine wirkliche Frage stellst und wirklich sagst, dass du Interesse hast zu lernen von diesen Menschen, da sind die meisten sehr, sehr, sehr hilfsbereit. Auf jeden Fall, das stimmt. Das liegt auch vielleicht daran, dass diese Leute schon ein ganz anderes, auch inneres Standing haben und auch viel souveräner sind und wissen, wo sie stehen und keine Angst mehr haben vor, irgendwie davor, dass jemand ihnen irgendwie ans Bein pinkeln könnte oder dass sie dadurch irgendwie Nachteile erleiden. Die haben dieses Misstrauen vielleicht auch nicht mehr und dieses Konkurrenzdenken, was du dann ja in unserer Branche auch hast zum Teil, dass die Leute eben gar nicht so kooperativ sind, wie sie dann oft auch behaupten. Also, es ist schon ein Heifischbecken im Bereich der Weiterbildung und auch im Bereich der Unternehmensberatung und im Coaching, in der Coachingbranche. Und ich bin immer froh, wenn ich so zwei, drei Kollegen habe, mit denen ich vertrauensvoll arbeiten kann und denen ich vertraue, mit denen ich offen auch diskrete Informationen austauschen darf, denen ich auch mal Konzepte zeigen kann, ohne Angst zu haben, dass sie damit gleich losrennen und das selber verwerten. Also, das habe ich auch gelernt, dass man in der eigenen, wenn du so willst, in deinem eigenen Spielfeld, dir die Leute schon genau angucken musst. Weil da gibt es viele auch, die, also viele nicht, aber es gibt, das will ich jetzt behaupten, es gibt sie. Es gibt genügend, die das nicht gut meinen oder die auf jeden Fall auf der Suche sind nach Inspirationen und nach Ideen und nach irgendwie Möglichkeiten, irgendwie dich auszusaugen und gar kein Interesse haben an dir als Mensch zum Beispiel. Ja. Das habe ich auch schon erlebt. Aber dafür habe ich den Blick inzwischen, also, deswegen bin ich auch, da habe ich leider auch so einen Punkt, da bin ich leider selber auch ein bisschen misstrauisch, aber das hat eher andere Gründe, dass ich da generell als Mensch erstmal gucke, so, wen habe ich da vor mir, bin aber dann, wenn ich merke, das passt, auch schnell sehr offen, ne? Was ich da auch sehr, sehr spannend finde, was mir einen, der auch so ein bisschen eine Mentorrolle für mich in der Vergangenheit sehr, sehr stark hat, Marianne Prill, ich weiß nicht, ob du den kennst, Sprechen, Buchautor werden, Werbung, nein, der, der, ganz toller Mensch und der hat mich auch viel mitgenommen, den habe ich kennengelernt, weil ich mit ihm auch ein Podcastinterview machen würde, das kommt auch noch. Okay. Da ist auch unglaublich viel zu tun und der hat sehr viel für mich getan, der hat mich sehr viel mitgenommen, mir wirklich tolle Sachen auch beigebracht und tolle Kontakte auch geholt und ich meinte die ganze Zeit zu ihm, Marianne, ich weiß nicht, wie ich das irgendwie ausgleichen kann, so dieses Ausgleichungskonto, ne? Ich will nicht die ganze Zeit nehmen, aber ich weiß nicht, was ich zurückgeben kann. Und er meinte, dass so das Spiel nicht funktioniert, er meinte, dass er so funktioniert, oder er ist der Meinung, er hilft mir jetzt und kriegt dafür nicht unbedingt von mir was zurück. Dafür übergibt er mir aber quasi die Pflicht, dass wenn ich irgendwann vielleicht höher bin, etwas geschafft habe und auf mich jemand zukommt und von mir lernen möchte, dass ich diese Pflicht habe, ihm das Wissen weiterzugeben. Und das finde ich halt, das war für mich total, das war für mich einer der wirklichen Schlüsselsätze, die ich jemals gehört habe. Weil damit denkst du dann ganz anders, eben genau diese Leute, diese Führungskräfte, die dann sehr hoch sind, die vielleicht ihr Wissen auch einfach weitergeben, weil sie damals genau in der gleichen Situation waren. Ja, richtig. Und das fand ich sehr, sehr, sehr gut. Das ist ein schöner Ansatz und ein schöner Gedanke, den du da eben formuliert hast, das würde ich 100% unterschreiben. Und das ist zum Beispiel jetzt etwas, was jenseits von meinem Misstrauen, was sonst so da ist als Mensch, ist so, dass jeder, der mich kennengelernt hat oder kennt, auch da draußen jetzt zuhört und mich kennt, weiß, ich bin eigentlich ein sehr offener Mensch und teile gerne. Ich unterstütze auch gerne, ich bringe auch Menschen gerne zusammen. Also ich teile gerne Kontakte, Verbindungen, versuche Türen zu öffnen, bin auch bereit, mir Sachen anzugucken oder Feedback zu geben, Leute mich anrufen und brauchen irgendwie mal einen Rat oder Unterstützung, mache ich das und ich nehme dafür dann kein Honorar, sondern ich mache es gerne. Oder empfehle Leute auch gerne an meine Kunden weiter, dass, also wie gesagt, da draußen gibt es genug Leute, glaube ich, die das bestätigen dürfen oder können. Ich selber auch. Aber wenn ich, wenn manchmal verhalte ich mich auch mal ein bisschen unachtsam, dann ist es meistens aber nicht böse gemeint, sondern einfach, weil ich so ein bisschen, wenn ich zerstreut bin, dann nicht dran denke, aber auch zurückzurufen, weil das dann nicht in meinem Bewusstsein ist in dem Moment. Aber ich sehe das genauso, wie du sagst, ich glaube daran aber auch, dass es nicht nur anderen irgendwann zugute kommt, ich glaube auch, dass es irgendwie auf andere Art und Weise positiv zurückkommt. Also ich glaube schon, dass es dieses Gesetz der Anziehung und Reziprozität, also im Sinne von Gegenseitigkeit gibt, dass du auch in vielen Bereichen, wenn du sagst, du sollst ja auch Geld geben, dass das Geld zurückfließt zu dir. Und da habe ich zum Beispiel bei einem Erfolgstrainer mal einen schönen Satz gehört, der war für mich auch sehr augenöffnend. Warum, wenn du selber knauserig bist und willst andere Dienstleister nicht bezahlen vernünftig, weil du sagst, die sind mir zu teuer. Warum sollten andere dann für deine Dienstleistung so viel Geld ausgeben? Also mit welchem Anspruch, mit welchem Recht so. Und das heißt, das ging so um das Thema, wenn Leute sagen, ich bin nicht bereit für ganz spezielles Wissen, was ich noch gar nicht habe, mal 1000 Euro zu investieren. Also ein Wertverständnis. Genau. Ich bekomme was dafür und dieser Mensch hat dafür was gemacht, geleistet, der hat das sich selber erarbeitet, das Wissen. Das hat einen Wert, dafür bezahle ich was, dafür bekomme ich was, aber dann zu sagen, nee, also das ist mir nicht wert, ich will da nur 100 Euro für bezahlen. Ich selber verlange aber von meinen Kunden 300 Euro pro Stunde, weißt du so, da ist irgendwie ein Ungleichgewicht. Und da glaube ich so ein bisschen, dass es das Universum irgendwie nicht so mag, wenn das ein Ungleichgewicht ist. Ich glaube, das fällt dir irgendwann auf die Füße, sowas. Dann kommt Darwin. Dann kommt Darwin. Okay, ich gucke auf die Zeit. Ein bisschen überzogen, aber es war einfach super spannend. Du sagtest gerade, du teilst gerne Wissen. Ich finde es immer ganz schön, dass wenn Leute, die das hören und die eventuell gerne mit dir Kontakt aufnehmen würden, worüber können sie mit dir Kontakt aufnehmen? Sei es ein Kanal oder dich einfach anrufen über die Website. Ja, also nochmal ganz kurz, ein Satz, also ich meinte, sogar weniger Wissen, sondern oft geht es nur um Erfahrungswerte. Also weil das Wissen lässt sich ja im Prinzip überall auch recherchieren. Er ist für den Tipp, wo man das denn findet. Genau, oder eine Einschätzung, wie vorhin wir den Interviews fragen hier. Ja, wo findet man mich? Also entweder über meine Webseite www.heiko-frerichs.com. Der Link ist natürlich drin. Da ist auch die E-Mail-Adresse, Telefonnummer ist da. Ihr könnt mich über Facebook erreichen, über meinen Messenger. Facebook Messenger. Ihr findet mich auf WhatsApp, auf Telegram, auf Signal und auf Threema. Ja, also ich bin überall vertreten, weil alle möglichen Leute sind auf verschiedenen Kanälen verteilt. Also die einen nutzen das, die anderen das. Deswegen habe ich jetzt alle wirklich runtergeladen. Ja, also man findet mich schon irgendwie. Okay, sehr, sehr schön. Danke dir, Heiko, dafür. Es hat super Spaß gemacht. Super, hast du noch was zu sagen? Du hast es gerade ausgeholt? Nee, nee, alles gut. Okay, gut. Also, vielen Dank. Es war so gut, wie ich es mir vorgestellt habe. Es war noch eigentlich viel besser. Ich finde das immer schön, wie sich die Interviews entwickeln, vom Anfang bis zum Ende nachher. Wie man dann immer tiefer geht. Ich mag das sehr, sehr gerne. Ich hoffe, es hat euch hören gefallen. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Heiko? Ja, es hat mir sehr gut gefallen, Philipp. Also, ganz, ganz vielen Dank. Danke dir. Und wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr Kontakt aufnehmen wollt mit Heiko, dann könnt ihr ihn einfach anschreiben, anrufen, mailen. Und ich freue mich auf jeden Fall auf das nächste Mal. Ich werde über die Facebook-Seite da auch wieder teilen, wer der nächste Gast ist. Und auch da immer die Möglichkeit zu eröffnen, dass ihr eben auch, wie Kenneth vorhin, hier anruft und live in der Podcast-Folge eure Fragen stellt, wenn ihr da tolle, spannende Fragen habt. Ich finde das ziemlich cool. Ich finde, das hat gut geklappt. Finde ich. Und ja, ich wünsche euch allen einen schönen Tag. Dankeschön. Danke dir.